Wir sind hier am höchsten Punkt angelangt, da unten ist die Modereckalb, da sind wir hier hoch gegangen, hinten drin ist das Schödertal, hier hoch und dann gehen wir zur Aschlereidalm runter. Hier oben sehen wir den Käskugel, den höchsten Berg vom Grusaldal, da hinten geht es weiter, Weinschnabel, da haben wir das Murdörl hinten, Nebelkaeck, Klingspitze und das Kreuzeck, das ist jetzt in den Wolken, also im Schatten. Draußen der Traugstein und weiter das Filzmushörndl und der Spillkugel und ganz draußen der Hundeck. Und wir gehen jetzt weiter runter zur Aschlereidalm. Unser Wanderführer! Jetzt passt es wieder! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.